Ah ja, wir können die Reise noch fortsetzen. Sehr schön. Hat jemand Fragen, wie das überhaupt funktioniert? Von den drei Leuten, die noch da sind? Dieses Spiel ist was anderes als Racing? Pah! Foydival! Gargis Dungeon ist einfach geilste, geilste Dungeon. Oh, boah. Mit Kutsche ist Fast Racing. Ich habe gestern was Feines gelernt. Mit Doppelt-W kann man die Kutsche alleine losschicken. Geil, ne? Finde ich auch. Die Leugnung. Man kann Doppelt-W drücken und die Kutsche reitet alleine. Ist geil. Die Crossroads. Ein Ort zwischen Plänen. Okay. Ähm. Let's go. Gibt es keine Dungeons mehr, die man läuft? Ne. Das ist jetzt nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob der alles einsammelt von alleine. Tatsächlich. Geil. Okay, was gibt's denn hier für Geistzeug? Uh, Erkundungschance. Alles nehmen. Gebe her. In 2021 laufen. Das macht man nur in New World. Gibt's kein Autolaufen in New World? Ja, du kannst Sachen, äh, mehr Sachen mitnehmen. Äh, Plerax. Oder hast halt ne Erkundungschance. Durch die Kutsche. So, was haben wir denn hier? Ist eigentlich alles dasselbe. Essen. Feuer. Oberbro, moin. Mhm. Mein Creator's Code ist AC Dizzy. Und Oberbro, dankeschön, dass du an mich denkst. Vielen Dank. Das ist lieb von dir. Ah, ich geh mal nach oben. Das ist einfacher und besser. Kann es sein, dass die Kamera nicht mehr mittig ist? Ja, ne? So, jetzt ja. Oh, ich liebe dieses Game, Leute. Ohne Scheiß. Ich liebe es. Eins meiner absoluten Lieblingsgames. Target Dungeon ist einfach ein ganz großes Kino. Wenn ihr Fragen zum Game habt, immer raus, Chat. Immer raus. Ich bahne auch noch nicht die. Sehr gerne. Necromoin. Na toll. Äh. Uh. Schön fülle. Nice. Ui. Können wir... Nice. Sehr schön. Gift auch. Schön. Oh. Yummy. He dead. Kann das bitte gleich auch ein Todesstoß sein? Das wäre schön. Äh. Okay, sie ist jetzt auch tot. Schön. Es könnte in der Tat ein Handy-Game sein. Das ist auch super einfach. Gibt es wieder Baden und Tiermeister? Äh, noch nicht. Man muss jetzt aber die Charaktere freischalten. Also, je öfter du läufst, desto, ähm... Oh. Ist voll unhöflich. Ich esse gerade. Hey, Raiders von Kräuter-Budder. Es tut mir leid, ich esse gerade Abend. Ähm. Ich bin schon so lange live, dass ich mir was reinschieben muss. Aber es ist super schön, dass sie da sind. Hm. Zu Darkest Dungeon. Hm. Hm. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream heute mit, ähm... Kräuter. Lasst es euch gut gehen. Fühlt euch, äh... Wie zu Hause. Lut-Resistenz bis zum nächsten. Das geben wir mal dir. Chance to spawn dodge token. Das geben wir auf dir. Und dir. Leben müssen wir nicht wiederherstellen. Äh. Das ist für die Kutche? Each improvement. A new variable in the equation of your fate. Your fate. Äh. Kaufen wir mal zwei down. Something to ease the rigors of the road. Nice. Gutes Auge? Oh. Was gab's da? Das ist ein gutes Auge. Fernkauf-Angriffe. Äh. 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 Geil. Muss leider direkt los zum Einkaufen. Ich wünsche dir mal das Kräuterbutterhau rein. Lass dir gut gehen. Ich liebe Darkest Dungeon. Auf jeden Fall. Ganz großer, ganz großer Fan. Äh. Gehen wir das mal... Baristan zum Heilen. Yes, sir. Oh, wir haben auch Bandagen. Geil. Können wir auch benutzen. Ein Speed. Ein Speed geben wir dir. Die Resistenzen geben wir mal dir. Und dann sind wir eigentlich gut durch. Ähm. Also Kieferschaden. Man kann jetzt... Musst du mehrere Male spielen, um die anderen Charaktere frei zu spielen. Also es ist jetzt nicht mehr so wie vorher. Du bist halt immer nur mit der Kutsche unterwegs. Und du fängst immer wieder von vorne an. Also richtig krass. Also das tut richtig weh. Hm. Ich hab gestern gelesen, dass einige Menschen schon relativ schnell das erste Abteil durch hatten. Also ich hab gestern nur auf die Fresse gekriegt. Also richtig doll. Und gestern hab ich fünf Lans gemacht oder so. Nur aufs Maul gekriegt. Wirklich schwerer würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon... Schon knackelig. Warte mal kurz. Gestern hat noch jemand gesagt, dass die Pest-Doktorin besseren Stress-Heal hat. Oh, hier. Für die Resistenzen. Uh. Da seh ich uns, weil... Hier ist auch 50% Chance. Und bei ihr ist es... 100%. Okay. Dann ist das auf jeden Fall das Bessere. Probierst du GOTG mal aus? Was ist GOTG? Ähm... Let's go. Another inferno of mutilation and madness. Was ist GOTG? Könnte ich nicht grüß dich übrigens. Moin. Gehen wir mal für die Watchtower. Guardians of the Galaxies. Wollte ich mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Oh, da hinten wäre ein Schatz gewesen. Naja. So, was haben wir denn jetzt hier im Angebot? Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Dann... Hilfesuchende. Oh ja, das ist geil. Dann halten wir uns rechts. Schrein ist auch gut. Hilfesuchende. Oh ja, wir gehen hier einfach mal die ganzen Hilfe... Also wir bleiben außen. Wir bleiben außen. Komplett. Wir müssen ihn zuerst töten. There is comfort in company. Kann ich mal die Buffs reinmachen? Stumbling and stupefied. Das ist sehr gut. Ja, ohne... Man muss ja leider ohne Musik spielen. Das geht ja nicht ohne... Das geht nicht. Scheiße. Äh... Das geht auch... Versuchen wir nochmal von vorne. Das war ja jam jam. Scheiße. Keine Blutung und kriecht. Da hauen wir einfach so mal drauf. Brudi, was los, Junge? Eieieiei, der hat ja richtig Bock. Das ist scheiße. Oh, das bietet sich gerade an. Schön. Das war ja das falsche... Das war ja der falsche Skill gerade. Du bist toll. Nehmen wir mal ein Visier. Die müssen ja gleich weggehen. Hey, Thorneite, moin. Wie geht's hier? Ich bin dein Schutz. Uh, geil. Mal Stress noch runter machen, weil es geht gerade. We can rely only upon each other. Uh, nice. Runde 5. Jetzt müssen wir ihn töten. Wie geht's hier? Du wuut? He dead. Todeschwelle. Kannst du Friesen sterben? Nice. Ja. Nice. Das ist ein Meisterschaftspunkt. 10 Resistenz. Für Gift. Äh, das können wir ja mal dir geben. Ja, Todesschwelle ist jetzt ein bisschen anders als vorher. Uh, das ist gut. Leute, rett. Äh, können wir mal heilen. Therapie. Scheiße, ich hab noch kein Gold mehr. War ich den Falschen geheilt? Fuck. Naja. Ist okay. Äh, wir wollen raus aus dem Lezarett. Wir bleiben rechts. Jupp. All right, all right, all right. Hast du einen Familienbesuch gehabt? Äh, Thornton oder wie? Hilfe suchen, ne? Verzweifelt. Äh, wie der Stress. Nice. Leider nicht die gewünschten, äh, Items dabei, aber ist okay. Äh, also irgendwelche schönen Trinkets. Alles Gute zum Geburtstag, äh, Thornton? Schön. Wie alt bist du geworden? Endlich 18. Oder so? Fass. Na, der ist ja drüben. Will you ripoff there, Ernest, please? In this world, wealth is worthless without purpose. Mach mal ne 1 und ne 3. Und aus der 8 ne 0. 30 bist du geworden. Hast du, äh, Dings gefehlt? Die Trappe? Ah, jetzt hab ich nicht die Skills durchgeguckt, Chat. Das wollte ich grad noch machen. Mäh. Minus Stress. Geil. Uh, yes. Das fühl ich. Äh, ja. Äh, machen wir so. Kein Blut, bitte. Fass. Oh. Ja. In this world, wealth is worthless without purpose. Äh, Ikuto, moin. Ich grüße dich. So, jetzt müssen wir trotzdem mal ganz kurz hier, äh, gucken. Hier nach müssen wir gucken. Die Skills sind bei ihr noch nicht freigeschaltet. Die Pestdoktorin. Das können wir rausnehmen und das dazunehmen. So, hier können wir, äh, das rausnehmen. Äh, ba, 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 ba. Nee, bei ihm sind die Skills okay. Da sind die Skills in Ordnung bei Baristan. Äh, nee, das geht nicht mehr, Kieferschaden. Das geht nicht mehr unterwegs. Schreit der Besinnung. So. Jetzt gehen wir mal mit Audrey da rein. So. Das ist übrigens auch ganz neu. Man erfährt jetzt nämlich so die Geschichte der Charaktere. Und gradet sie ab. Und die Gäste hat sich schon ganz neu. Und die Schreit der Schreit. Und die Schreit der Schreit am Anfang der Schreit. Und die Schreit der Schreit der Schreit. so geil so was haben wir denn hier gekriegt meisterschaft clear corpses ziel clear corps erforderte leichter und daran kannst du dich heilen ach was wie geil dann nimm mal das weg und mach das mal da rein oder nee wir spielen ja sie von hinten dann mach mal so okay oh das müssen wir kann sie sich jetzt an den korpses heilen oder wie wir gehen nach rechts ich freue mich so auf die vollversion ich kann es gar nicht erwarten es werden sehr kurze streams dann sehr sehr kurz also so richtig kurz bitte etwas schönes für sechs gold geben wir rein an unexpected find mir ist das ist keine trinkets leider keine schönen trinkets dabei wir brauchen jetzt noch zwei europäer hier ist noch eine road battle das ist early access kiefer schaden ja wie sie vorsichtig nur fünf und okidoki der macht nämlich ganz schön dolly auf fünf runden zeit haben wir falls ihr es kaufen solltet bei epic also es gibt es ja nur bei epic könnt ihr gerne wenn ihr möchtet den creator code heißt sie benutzen darüber würde ich mich sehr freundlich fehlout beendet ohr der Schüler hätte die hier mit jetzt können wir auch kurz mal audrey ausprobieren was macht audrey mit den leichten es wird mich mal interessieren okay audrey leicht kann von den meisten feindlichen fähigkeiten nicht anvisiert werden mann den dorf oder gar nicht so gut aber es okay besser als nix weiß ich nicht keine ahnung wenn es keine ahnung da der termin für ist tschuldigung aber so wie es jetzt gerade läuft denke ich mal wird das wird das nicht so lange die exsphäre schätze ich 25 er packen wir sind bei 1 und weinwright awaits die geüttelte plan ist der kampf angriffe plus 20 rutschenverwaltung verbände giftgegenstände werden mehr gestapelt wo aber nahkampf angriffe plus 20 prozent das ist schon doll ich sag's wie es ist leute wir gehen da voll rein mit diesmal wir pumpen diesmal voll ja das machen wir der ist jetzt unser dd audrey ist ein secondary der ist schon ziemlich dick so wir brauchen jetzt noch ein row battle für unten ich weiß gar nicht was das unten links ist ehrlich gesagt ich glaube das ist damit die quest erfüllt wird also es ist quasi eine quest wenn ich das richtig verstanden habe so wir gehen jetzt rechts was wartet denn da auf bundes ich brauche noch mal so ein street fight die brennende halde ich hoffe meine damen und herren zeit blut zu vergießen respekt nice äh sand albatros moin oh shit das hört weh äh äh das ist nicht geil shit das ist gut weil dann ist die doktorin passiert die doktorin muss jetzt mal ganz kurz ich darf nicht so laut machen das war juicy das war nicht juicy das war eher scheiße äh äh okay jetzt sind wir wieder richtig safety first suffering strengthens the bond so jetzt muss ich mal kurz jetzt gucken neul die heilt sich ja wirklich davon wie geil ist das denn alter what the fuck wie geil äh äh waaaaa das ist ja mega geil der sektion uh he dead der waaat kannst du dich selber heilen für den waaat 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 Okay, das war das vierte? Das vierte Jahr. Ähm. Können wir Leuten noch Sachen geben? Yes. Wie das heute reicht? Ja, es reicht. So, jetzt brauchen wir noch ein Street Battle. Yo, da ist das Street Battle. Nice. Äh, das ist kacke. Das ist das. Stress hier. Nice. Empowered. Emboldened. Ja. Sehr gut. Äh. Äh. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Jetzt kommen wir da nicht mehr ran. Ach, fuck. Wir haben nur fünf Runden Zeit. Oh, oh. That's bad. We're dead. Scheiße. Widerstand. Oh, oh. Wir haben nur fünf Runden Zeit. Hier oben der Timer. Äh. Damit wir... Wir müssen das ja gewinnen. Uh. Das hat weh. Oh. Ah. Also kein Heal, Leute. Wir machen kein Heal. Ich hab dich gerecht. Geil. Oh, das ist sehr gut. Nein. Das reicht nicht. Fuck. Okay, he dead. Oh, fuck. Viel Speed. Das ist, äh... Das können wir Dismas auf jeden Fall geben. Auf jeden Fall können wir das Dismas geben. Und wir können das der Pestdoktoren geben. Dann kommen wir nämlich am Ende öfter zum Heal. So, damit hab ich die Quest auch fertig. Also kriege ich einen, äh, Meisterschaftspunkt. Warum kann ich jetzt nochmal reiten, wenn eigentlich mein Inventar voll ist? Der Horter. Holy shit, wer ist das denn? Den haben wir noch gar nicht gehabt. Ah, hier kann man Sachen kaufen. Trinkets. Tränke. Okay. Aber wir können leider beim Horter nichts kaufen. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte gucken. In der Theorie gehen wir jetzt durch die Mitte durch. In der Theorie. Hab ich in die Theorie gehört? In der Theorie. Ich weiß nicht, warum ich reiten kann. Boah, eigentlich dürfte es nicht gehen, weil wir voll sind. Okay, ist noch ein Pfeil. So, hi boys. Lass uns gehen. Äh, ausweichen. Gleich mal den Buff reinzimmern. Das ist gut. Das ist auch gut. Perfekt. Ich brauche echt ein bisschen Stress, äh, Abbau. Je mehr Stress die haben, desto schlechter sind die gelaunt. Nice! Auf den hatte ich es, äh, auf den hatte ich es abgesehen. So, wenn wir hier nochmal einen draufhauen. Nice. Die verstehen sich besser. Oh, you so dead. Fuckin' 20er Hit rausgeknallt. Einfach mal 20er Crit rausgeknallt. Junge, 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 Junge. Amidst the Spoils, an artifact of unparalleled power. roh ich kann irgendwie immer noch reiten warum auch immer hat er was moin das war mit der spoils an artifact of unparalleled power betäubung ich glaube dass wir auf ihr eigentlich ganz gut aber wir lassen das mal so so wir haben jetzt noch ein kampf der letzte warum auch immer ich gerade reiten kann eigentlich sind wir schon zu voll weil ich kann meinen links nicht mehr zu machen weil ich glaube ich packt das ballwerk des vergessens jetzt geht's los okidoki superwichtig ich 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 Warum geht keiner nach vorne? Gabe der Flamme. 50% Chance, dass er dodge. Es war so klar. Es war so klar. Okay, 4 Pro Runde Abzug. Gucken wir mal hier vorne. Nice. Warum greift keiner diesmal an? Heilt doch einfach mal alle. So wichtig. So wichtig, Chat. So, so wichtig. Alright, Ski. Dann gehen wir jetzt auf den Schamanen. Scheinbar kann hier jeder heilen. Oh, der war juicy. Geschützt von Schamane. Fuck, der sind mit 2 und er hat noch 8. Shit, 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 shit. Alright, baby. Hier we go. So wichtig. So wichtig. So, so wichtig. So, so wichtig. Gut getroffen. So, dann machen wir jetzt folgendes. Stress runter. Hier ist Komfort in der Familie. Das ist Komfort. Stress können wir nicht mehr bringen. Nice. GG's. Wir stehen eigentlich ziemlich gut da, oder? Das ist klar. VT, kannst du? VT, kannst du bitte nicht? Guck. Irgendwann nach vorne. Jetzt finde ich gut. Nice. Scheiße. Bringt sie wirklich mal hin. Oder setzt sich mal hin. Let's go B. Wow. Scheiße fucking Dodge. Der Dodge war nicht schön. es geht gerade gar nicht rein du vielleicht haben uns ein bisschen übernommen das ist ein wenig weg die slow suffering begins Der sollte gleich tot sein. Geht hier statt. Geht hier. Geht hier. Geht hier. At last. Steady yourself. A miscalculation, perhaps. A miscalculation. A miscalculation. A miscalculation. Das ist gut. Die Hoffnung brauchen wir jetzt auch. Oh, das ist scheiße. Scheiße. Ganz großes Kackpuh. Ja, okay, das war super wichtig. Oh oh. Das ist nicht gut. Nein. 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 Please don't. Nein. Nein, 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 nein. Oh, ja. Ne, nein. Escape. Weiter. Natürlich. Natürlich gehe ich da noch weiter. Na klar. Alle halb am sterben. Weiter, weiter, weiter. Ich muss den eigentlichen Fight auch noch überstehen. Jolo? Man muss ja auch mal realistisch bleiben zwischendurch. Oh, nice. Wir sind da. Okay, das war jetzt, äh, das war wild. Oh, nix, Jolo hier. So. Okay, jetzt sind erstmal alle wieder gut. Okay, Stress weg. Plus Speed. Das ist auch gut. So, dann stecken wir noch die Upgrades in die Kutsche. Stellt Fun-Kuchen her. Was wir auf jeden Fall tun werden, ist Zuspruch Upgrade. Yes. Äh, wir werden das upgraden. Und das upgraden. Und bei der Pestdoktorin den Heal. Und bei der Grabjägerin den Giftpfeil. Geld ausgeben würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wie funktioniert das Kartenmischen? Äh, das ist einfach nur ein Item, das kannst du in die Runde werfen und dann, äh, das kannst du in die Runde werfen und dann, äh, das kannst du, das kannst du in die Runde werfen und dann, äh, haben die quasi so ein Chitchat zusammen und dann verbessern sich die, äh, Beziehung zwischen denen. Das gilt für alle. Es gibt aber auch manche Items, da kannst du das nur zwischen, also, da verbessert sich nur die Beziehung zwischen zwei Menschen. Rein ins Dickicht. Sehr gerne. War Rewards only Resignation. Procrastination of the inevitable is Futility itself. Kameras Akademikers. Kameras Akademikers das klingt einfach ziemlich cool. Sollte ich mal losgelegt, da ist schon wieder Stress. Oh, wir haben Pfandkuchen hergestellt. Vergessene Posten. Verlorenes Bataillon. Joa, wie kämpfen. Aufi! Kann ja nicht so schlecht sein, wa? Wie viel Leben hast du? 45. Ja, die Fackel hat auch eine Funktion, ja. Aber diesmal kann man sie so nicht aufladen. Das ist egal, weibliere die Blut. Wir können auch Gift nehmen. Oh Gott. Määääääh. Uh, zwölf. So, wie viel leben wir zu 17? Der könnte gleich sterben. Ich hab die Resistenz nicht gebacken, beinahe. Oh, he dead. Uff, was? 16 Blut. Okay. Okay. 16, oh oh. 16 Blut. 12. Todesstoß. Können wir die Pestdoktoren nochmal haben? 16 Blut. Sehr gut. Sehr schön. Das ging sich aus. The Means of Mastery. Hm. Hm. The Loathing House. Tja, jetzt haben wir zwei so eine Dinger. Schade. Dann. Warum sind wir denn schon wieder voll? Ist das ein Bug? Lass da hin, dass das ein Bug ist. Tja, die Pestdoktoren. Kannst du nicht zwei gleichzeitig davon anlegen? Ne. Hm. Das ist irgendwie weird. Dass das noch aufbleibt. Kann das sein, dass... Wir haben doch noch gar nicht 24 Gegenstände. Ist das Buggy vielleicht? Der Vergessene Vorposten. Das. Das. алиger. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020